Hi, ich bin Alex und jetzt ändert sich für mich, was diese Woche denn. Juniper hat mir eine Challenge gestellt und zwar eine Woche ohne Strom zu leben. Ausnahmelösungen, da muss man Ausnahmelösungen finden. Nein, das gibt's ja gar nicht. Die Kerzen ersticken da unten, kann das sein? Oh, daran will ich noch nicht denken. Oh! Die taut sich hier jetzt von alleine ab. Oh, meine Challenge! Richtig, eine Challenge zu erfüllen. Ja, Mist, die Challenge habe ich nicht meistern können. Ich wünsche mir Glück. Schauen wir mal, wie die Woche wird.